es ist Zeit für ein Rennen Hallo Leute und willkommen zum nächsten Part von Dead Space es kam wieder eine Weile nichts aus dem Grund ich arbeite in der Netztzeit sehr viel hab kaum noch Freizeit und deswegen müsst ihr wirklich Geduld haben, wenn ein neuer Part kommt das ist ein grubelvolles Fall für dein neuer Part, aber wie gesagt müsst ihr ein bisschen Geduld aufbringen Ansonsten, ja, sehr viel privater Zeug zu tun. Osterle. Wo, da kommt dieses Ding? Ach, das muss ich schaue mir Dinger nicht einfach jetzt in Wohen rum, ja? Steh. Ist nur die erste Phase von dem physischen Alllauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschickt haben. Unetology? Ah, das ist Scientology. Das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Nicht auf Sie, kommen Sie zurück. Kommen Sie zurück. Man schreien so rum, Alter. Ja. Na ja. Na ja. Wenn man meint... So... Ähm... Warum kann man die Betten hier wegbewegen? Äh... 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 Und wenn soll ich mich das bringen? Oh! Bist du doch nicht hier? Ja, ist richtig. Was war denn auf der anderen Seite? Was ist denn hier? Hm, ich hab ja keine Energieknoten. Ja, scheiße. Naja, ne, nicht. Ey, komm, ich spiel'n lieber modernes Dart. Ohne Zahlen drumherum. Und nicht mal ne ordentliche Farbe. Je. Was für'n Dart. Was für'ne Dart-Scheibe. So, ähm. Ähm. Ja, ähm. Gute Frage, wie komm' ich jetzt? Verhandelsbitte Fell. Ohja, Leute, sorry, ich hab'n bisschen Husten, Leute. Wir wollen trotzdem noch ein Let's Play zu machen. Was denn kann mir so lange nichts... Dachte ich mir, ach, schwingst du immer wieder am PC ran? Okay, ich wirf' auch'n PC. Aber ich dachte mir, okay, schwingst du ja wieder an Dead Space ran, machst'n Let's Play. Und alles wird toll, ne? Das bringt doch nichts. Ich komm' doch eh nicht weiter. Wie die immer wegschieben hier? Verdammt! Wie komm' ich hier raus? Was? Äh... Ich weiß, dass ich ein Bett nicht zu mir ziehen kann oder sowas. Ach, dann mach ich das einfach mal so. Und so. Ach. Ist das hier oben? Okay. Nein, nicht du. Du bleibst da. Ey, die Lava hinter... Hintergrund, die wir vor auf den Sack. Ähm... Wenn ich das jetzt hier hinziehe... Ich bin nicht mehr durch hier. Ich mein, ich weiß die Lösung zum Ziel. Im Prinzip muss ich das jetzt da hinziehen, ob das auch geht. Egal. Oh, den klappt mir doch jetzt mit dem Rätsel. Den klappt jetzt auch. Dicke. Ne. Na, oder mehr, oder weniger, Dicke. Mal ein Stück da hinziehen. Naja. Ja. Ich bin hier eingesperrt. Achso, ich bin echt doof. Zwei Kräste können die Kind durch, natürlich. Mann, Mann, Mann. Ich steh mich wieder an die erste Born ein. Oh, da hat nackte Frauen. Oder eine. Was für eine Zeitdruck ist das? Eon News oder was? Ne, warte mal. Ähm. Ach, die wir dieses sehr schwere Rätsel auch gelöst haben. Was ist zwar... Autsch. Das war jetzt n bisschen gruselig. Muss ich zugeben. War nicht schlecht. 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 Das ist das. Ja. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Ach du Scheiße, das Ding, was ich regenerieren kann. Oh nein. Ob ich das so vormache, dürfte der reintuchlich auf beiden Seiten durchkommen, oder? Okay, es ist zudem, mich wieder durchzukommen. Auch nicht schlecht. Okay, Ruhe, wir fahren. Merk'n scheiß Ding an der Pelle. Dann schwebt uns auch mal hier ran. Ich bin der Pelle. Und da schwebt uns auch mal hier. ich Okay, so klappt's, a la tix. Oh, alter, bin ich mir gerade am konzentrieren hier, ey. Oh, ich vergesse schon meine Kommentare, ey. Ähm. Ich komme sicherlich noch nicht durch, nee. Das heißt, noch ein Stück weiter rein, na. Ah, gl Will ich einfach reinsteigen und dann komme ich da auch raus? Okay. Ich muss jetzt mal so hin, dass da nicht durch sie kann man die KI vielleicht zu doos sein kann! Wow. Alter Orkert er wird zu der Warte kurz Warte auch die Scheiße Alter wo ist dort Ah da ist es ja Aua Alter kann sich jetzt ruhig ein bisschen schneller entdecken Wow Stirb Verlier dein Bein und dein anderes Ärmchen Ey entheck die Scheiße jetzt langsam mal hier Ich hab dich grad'n Schwupp verarscht Stirb Alter stecken die ein Oh Gott da ist wieder der Fettkopf Was macht der? Hau ab Okay Okay Ich hab das�öugesüberpräckte Verkennen damit Da ist es hier im Kack aus ... Aua er wird Ehre Oh Gott Oh nein 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 Oh Gott ACH Ich will speichern, du fetter Arsch. Alter. Hektik. Ich hab schon wieder was hier rum eiern. Ich will einfach nur speichern, Mann. Oh Gott. Nee. Hab mich grad ganz in Tritt, Leute. Ah, der will muss von der Palle, ey. Ohohoho. Und ich hab ja oft, dass mein Zwischengang hinter Kalt gemacht hat, ey. Dass das so taub Vieh war, ey. Also, ihr mal sieht, aber nein. Da kommt das Vieh wieder an die Krochen, ey. Müssen wir jetzt lang? Ach da. Was haben wir hier schönes? Wir haben einen Strahlmonik. Cool. Entschuldigung. Alter. Hör auf. Ich sag dir, hör auf. Ist da eigentlich echt in Ruhe? Alter, ich kann euch wiederum singen. Oh, ein Job. Und ich hab noch. Gar nicht. Ich hab nicht. Ehm. Anzug Level 5. Ja, kann ich mir bestimmt nie nicht leisten. Boah. Nee. Wie viel Muni eigentlich an alt anderem, mal kurz glotzen. Dieses verdammten Reply-Kling-Munition, ich verkauf die, ich verkauf mal zwei Mal Reply-Kling-Muni. Weil, wie gesagt, ich mag die Muni nicht so, nein, nicht Impuls. Genau. Mann, Mann, Mann. Scheiß Husten. Wie kommt die richtig? Wie, immer noch falsch? Nee, richtig. Oh, da ist Hutt. Ich hab eh keinen Knoten, oder? Nee. Schade. Gut, Leute, das war ein paar... 31 oder so, oder 30. Werdet ihr ja sehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.